Verträge über Raketenabwehr und Mittelstreckenraketen wurden unter weit hergeholten Vorwänden einseitig aufgekündigt. Von allen Seiten hören wir nur, der Besten setzt sich für eine Ordnung ein, die auf Regeln basiert. Woher kommen sie? Wer hat diese Regeln überhaupt mal gesehen? Wer hat sie ausgehandelt? Hören Sie, das ist doch einfach nur Schwachsinn. Totale Irreführung, doppelte oder dreifache Standards. Sie sind doch für Deppen gedacht. Russland ist eine tausendjährige Großmacht, ein Land der Zivilisation und es wird nicht nach solchen manipulierten, gefälschten Regeln leben.